so hallo und herzlich willkommen jetzt hier zu einem ankündigungsvideo zu einem nächsten wager match auf meinem kanal dies ja schon etwas ja länger nicht mehr gab und ihr seht es auch gerade schon um wen es gehen wird ja und zwar matry die second inform ja es ist einfach mal richtig random ausgesucht einfach mal in mein verein nachgeguckt so wir lassen also rumfliegen und boah da ist ja matry die second inform den hast du noch nicht so wirklich zum wager mit dem angeboten kann es immer mal so richtig schön random raushauen ja wager match kennt jeder was die regeln davon ich haus natürlich mal ganz kurz raus heute ist mittwoch der 26.02.2014 ja und wahrscheinlich irgendwas so mittags oder abends keine ahnung ich weiß nicht wenn ich das falsch hätte ist auch egal das wager match wird am samstag um 18 uhr sagen wir mal genau samstag 18 uhr welch den gewinner in den kommentaren reinschreiben und ja auch dann anschreiben und dann spielen und dann sind wir alle freundlich und sagen hey ja und das prozedere um teilzunehmen kennen wahrscheinlich die meisten von euch ich dachte natürlich mal ganz ganz fix also heute mittwoch irgendwann keine ahnung wieviel uhr könnt ihr euch bewerben für das wager match um matry die second inform das heißt ihr müsst euren psn namen und euer gegenangebot zu matry die second inform in die kommentare schreiben dann müsst ihr warten ja auf samstag 18 uhr bis ich in die kommentare geschrieben aber wer gewonnen hat oder den gewinner bei psn angeschrieben habe ja und dann kann das ganze auch schon starten regeln zu dem wager matches uns klar ich habe jetzt trotzdem noch mal bevor es dazu komplikationen kommen könnte ja wenn ich dann ausgebild habe dann wenn ich euch sagen dass ihr ja ein spieler tauschangebot auf dem spieler machen sollt mit dem spieler den jangeboten habt einfach nur noch mal um das ganze wager match prozedere zu erklären also trainingskarten und aufkarten sind natürlich immer wie immer verboten ja und das war schon mehr geht sozusagen ich hoffe ihr nehmt zahlreich teil und wünsche natürlich auch viel glück verabschiede mich von diesem video und sage vorübergehend zumindest tschau